... gewesen. Brücke 1. Netzwerfender Charakter im Sprung. Ich mach erstmal alles kaputt mit Spidey. Ah, die Doktoren sind ein bisschen frech. Neul, wie die auseinander fällt. Gar nicht brutal. Keine Ahnung, hier, da muss unsere schlaue Biene ran. Kann der das kaputt machen? Nein, nur silberne Sache. Hä? Okay, das kapiere ich nicht. Ah, doch, jetzt hab ich's geschneid. Unten die Farbenreihenfolge. Grün. Rot. Gelb. Oh yeah. Oh yeah. Machen wir mal alles schön kaputt hier. So. Sorry, bro. Hm, irgendwas können wir hier machen. Ah, da kann man irgendwas zusammenbauen. Ah, alles klar. Da muss dann gleich unsere Intelligenz-Bestie ran. Machen wir mal kurz unsichtbar. Ah, okay, jetzt haben wir die auch verprügelt. Ne, da muss unser Intelligenz-Bestie ran. Ich glaub, das wird wieder das gleiche System sein. Ja. Rot. Gelb. Grün. Das ist rot. So. Lass uns da mal durchgehen. Ich komme. Alarm. Sicherheitslücke. Notprotokolle aktiviert. Das ist nicht gut. Okay, ich soll... Die Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Da kann man die Warte aufweisen, alles klar. Immer mit dem... Das übersinnliche Kräfte können Sachen sehen, die... Au. Boah, eine Bombe, alle beide down. Die Treppe nehmen. Meine Pötze. Vorsicht! Möglicher Laboreinbruch durch große Extrusion, versteht. Bitte möglichst kompanisch zum nächsten Ausgang rennen. Mit einem Lip angriffen? Das ist auf dämstlichen Ebenen verkehrt. So, erstmal hier schön alles kaputt gemacht und dann rüber da. So... So... Ah, okay, jetzt beide kann da hoch. Ähm... Das geht noch. Die Hebel kann er noch bedienen. Jetzt können die zwei da hoch. Nee, das muss hier unser Kollege Sockenbart machen. Ah, das kann der auch. Wow. Das ist so krass, diese... Fuck. Die Geheimnisse da immer rauszufinden. Sind immer echt nicht so einfach. Mit so einem Steak. Okay. Was ist das hier unten? Aber für Spidey ist da irgendwas. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. So ein Teil von der Tür kann ich bestimmt einreißen. Und der kann die Mechanik jetzt explodieren lassen. Durch Kameras lösen die Laser aus. Es muss einen Weg daran vorbeigeben. Ja, hier, sie. Sie macht sich einfach unsichtbar. Okay, der kann nichts machen. Okay. Ich glaube, dieses Mal müssen wir wieder Spidey nehmen. Das geht, glaube ich, nicht immer. Ah, da ist er. Unser Stein. Tut mir leid. Aber ihr drei scheint mir nicht die richtigen Besucherausweise zu haben. Ups. Okay. Wow, ganz schön anstrengend, hier einen Besucherausweis zu bekommen. Oh, oh. Das stinkt. Der Kobold und der kosmische Stein müssen warten. Wir müssen hier raus. Okay, schnell, 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 schnell. Geh da hoch, du Pflaume. Ah, hier können wir erstmal speichern. Grüne Steinchen. Was zur Hölle? Ah, Venom. Der böse Spidey ist das. Ich habe schon wieder meine eigenen Leute gefesselt. Ich baller hier erstmal alles kaputt und dann die Lego-Steine einzusammeln. So, dann haben wir das erstmal. Ah, die anderen Leute machen sogar, die ballern sogar irgendwelche Stromscheiße daraus. Ich habe mich glatt gering. Das ist alles voll mit dem grünen Zeug. Hier können wir nicht durch. Ah, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir brauchen wieder unseren Kollegen. Zack, zack. Und dann peum, peum. Spinnen sind jetzt noch etwas in der Nähe. Ah. Da reiß ich das ganze obere Stock weg erstmal runter. Irgendwas kann man damit machen. Oh, da kommt man so da ran. Sieht aus wie Symbionten schmiere. Ich habe eigentlich gedacht, man muss das so da ran schieben. Ich habe den aus der Spiele-Geschichte rausgeschlagen. Oh. Ich muss aber sonst nichts machen. Hä? Sag jetzt nicht, wir können sogar noch mit dem Bösen spielen. Sehr interessant. Hä? Nee, dafür brauchen wir sie. Ich weiß gar nicht, ob uns die Feinde sehen können. Nö, können sie nicht. Oh, wir hängen in dem Blubber. So, müssen wir mal gucken. Dann mal dagegen, dagegen und dagegen. Da oben muss auch noch einer rein. Das richtet nicht viel aus. Das heißt, wir gehen erstmal hier ran. Dann müssen wir aber leider mit ihr hoch. Weil sie unsichtbar ist und da oben sind irgendwelche Kameras. Deswegen werden wir da aufgehalten. Hopp. Hopp. Da ist eine Treppe rausgefahren, die noch weiter nach oben führt. Gehen wir da mal hoch, ne? Was ist hier passiert? Das ganze Labor ist verlassen. Erstmal alle schön kaputt machen. Alter. Da sind ja überall diese Blubberkacke. Ah, da ist unser Venom. Scheint ein Stromausfall zu sein. Wenn wir einen Generator finden, sollte bald wieder alles laufen. Aha, da oben war auch ein bisschen. So, wir werden uns hier mal durch. Genug Lego-Teile gibt ja, ja. Finde ich nur ein bisschen doof, dass ich meine eigenen Kameraden da mal verletzen kann. Da ist Venom reingegangen, zum Beispiel. Da auf der linken Seite. Vielleicht geht das ja jetzt auf. Okay, da können wir irgendwas reparieren mit. Nee, da müssen wir wieder die Intelligenz-Bestie ranlassen. Finde ich doch manchmal... Ich finde es ganz cool, dass man so diese Sachen machen muss, aber manchmal auch ein bisschen doof. Ähm. Warte mal. Der muss den Weg von da oben, oder? Ah, von da. Nach da. Nach hier. Nach so. So. Strom wiederhergestellt für Vorsicht, Beboot. Wiederhergestellt für Nicht gut, wenn der richtige Teil von Rauschen übertrönt ist. Ah, da werden die Bösen befreit alle. Da vorne ist Venom wieder. Ja, dann schlagen wir uns mal durch. Ich mach mich mal unsichtbar. Ich denk mir mal, die werden jetzt alle befreit hier. Ja. Ja, das Coole ist, die sehen mich nicht. Können wir uns eigentlich ganz easy mit den Prügeln. Oh, was ist denn hier? Ich muss ja fast das... Es kommen die auf den Wänden. Das ist so cool. Wir können jetzt hier einfach unsichtbar rumlaufen und dann den Leuten eine Detschen, ohne dass uns das passiert. Oh, shit. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas machen. Oh, oh, ich bin in diesen... der Grütze gelandet wieder. Da ist doch ein Knopf. Ah. Okay, da muss irgendwie einer drauf stehen bleiben. Immer. Ich hoffe, der bleibt auch da drauf stehen. Ja, bleibt da. Sorry, Spidey. Ich baute den jetzt zusammen. Das sieht aus wie so eine Waschmaschine, die ich hier zusammenbaue. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das leuchtet so bläulich. Du brauchst magische Kräfte, um mit magnetischen Lego-Objekten interagieren zu können. Das heißt doch immer, wenn er in Gefahr ist, sollen wir ihm helfen. Das ist ja hier der Dock. Da drüben. Können wir jetzt leider nichts machen. Gar nichts, leider. Da war er gerade. Da oben rechts. Das scheint die Ursache des Problems zu sein. So geil, wie die auseinanderfallen. Die Sachen immer. Ah, hier sollen wir irgendwas machen, oder? Vielleicht die Intelligenz-Bestie hier ran. Will ich da irgendwas machen? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt ist es wieder so... Kann man hier nicht irgendwas machen? Ah, okay. Da ist irgendwas. Ah, okay. Die Spider-Man-Sachen hier wieder. Okay. Feuer kann das aber auch nicht haben. Ja, Flammen machen ihnen Angst und Musik. Also für ein gänzlich legales... Also für ein gänzlich legales... Und komplett harmloses Bürogebäude. Ist es hier wirklich ganz schön eklig. In der Tat. Meinst du das jetzt alle? Da ist er. Äh, nein. Aber es ist doch nur einer, oder? Ach, du Scheiße. Wie immer schön, dich zu sehen, Spider-Man. Was für ein Netzgeblöhr, du springen. Und Spider-Man, der uns ablehnt. Du hast uns ein paar Freunde zum Spielen mitgebracht. Jungs, das ist Venom. Venom? Jo. Wow. Warte mal, ich muss irgendwas zusammenbauen. Das mach ich jetzt auch mal. Ghetto-Blaster. Geil. Cool, ey. Die Musik immer dazu ist geil. Da oben ist noch so ein Ghetto-Blaster dran, ne? Was ist das denn jetzt? Oh. So, jetzt hat er wieder ein Herz verloren. Ah, wir brauchen ein Spidey. Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Au. So, jetzt ziehen wir mal den Blaster da runter. Oder was es sein soll. Sieht mir eher nach Wasser aus. Wo ist denn unser Unsichtbare? Irgendwas müssen wir machen, ich weiß jetzt gerade nicht was. Ah, da muss ich was zusammenbauen. Da ist er K.O. Der grüne Kobold, los! Ich hätte meine Anti-Kobold-Pfeile einstecken sollen. Legolas, ha, kannst du mit den anderen Avengers deine Spur aufnehmen? Ich muss abspülen, Hausaufgaben machen, meiner Freundin erklären, warum ich sie immer und immer wieder im Café versetze. Mein Leben ist ganz schön hart. Spidey spielt immer so eine Nebenrolle bei den Avengers, glaube ich. Wissenschaftler Venom. Ich habe ordentlich Asche gekriegt. 100 Prozent. Ah, dafür gibt es auch so einen Teil. Sag mir, dass du den Stein hast. Tut mir leid, Sir. Der grüne Kobold ist entwischt. Carlson. Ich weiß, Sir. Aufräumaktion bei Oscorp. Sag mir, dass du was gefunden hast. Abgesehen von den ca. 100 Tastaturen für Hulk, bin ich meine Satellitendaten über diesen Silver Surfer durchgegangen, dem wir begegnet sind. Er triefte nur so von kosmischer Kraft. Das hatte ich befürchtet. Und ich habe Silver Surfer's Energiesignatur von diesem geheimnisvollen Schiffen verfolgt. Sieht aus, als wären sie in Latveria gelandet. Latveria? Das bedeutet Dr. Doom. Sir, es gab einen Einbruch im Raft. Iron Man, Hulk, ihr seid dran. Okay, Sir. Wir kümmern uns sofort darum. So, jetzt Dankeschön. Der Stark Tower. Warum sollte jemand in das Raft einbrechen? Das muss so schnell wie möglich untersucht werden. Ah, hier gibt es noch ein paar andere Sachen. Wow! Heilige Scheiße! Alter, das muss man erstmal raus haben. Jo, das ist cool. Okay, hier ist unser Ziel. Na toll. Die Fähre ist außer Betrieb und du übersteigst die Gewichtsgrenze, um dich dort rüber zu fliegen. Hulk hat Hühnangst! Das auch noch. Vielleicht bekommen wir diesen alten Kahn zum Laufen. Kann man hier mit Hike nicht mehr so machen? Ja, Magда halten wir uns zurück. Okay. Okay. Vielen Dank.